Hallo und herzlich willkommen, ich zeige euch heute das Spiel Battlefield Bad Company 2 für das iPad. Also hier sind wir im Hauptmenü, da gibt es Kampagne, da kann man neues Spiel weiter und Level wählen. Dann kann man hier noch Multiplayer, Online, Bluetooth und Wifi-Lokal. Wenn ihr den Online-Modus noch sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich das auch noch vorstellen. Dann hier Extras, Kampagnen, Multiplayer-Folge und Statistik. Dann hier noch Einstellungen, Sprache, Sound. Dann noch hier Hilfe über. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal ein neues Spiel. Das ist mal schwierig. Mission 1 Überraschungslieferung. Wir überspringen jetzt mal den Film. Wir überspringen jetzt mal den Film. Ja. Also hier ist der Steuerkreuz, damit kann man sich bewegen. Und hier ist der Schussknopf, da kann man schießen. Und hier ist die Waffe. Wenn man hier drauf drückt, lädt die Waffe nach. Das sind Handgranaten. Der Tasche kann man bücken. Jetzt muss man hier drauf drücken. Man muss immer zu dem roten Ding hinlaufen. Dann hier. Dann so auf die Fahnde schießen. Also es ist ein gutes Spiel. Ich würde es jedem weiterempfehlen. Wenn man hier drauf drückt. Wenn man hier drauf bleibt, dann kommt es so, dann kann man besser ziehen. Dann kann man ebenuffizieren. Wenn man hier hinlauft, das ist ein Munitionskasten, dann bekommt man wieder Munition. Dann bekommt man wieder Munition. die Waffe. Dann, wenn man hier so macht, wechselt es die Waffe. Ich nehme jetzt mal die hier. Da oben ist ein Hubschrauber. Ja, und das war's eigentlich auch schön, schon abonniert, kommentiert. Ja, das war's.